In der Niederlage heute ist die Saison für diesen Klub bereits gelaufen. Da kommt der Handpfiff, das Spiel beginnt. Hier also die Aufstellung von Monaco. Sie versuchen es in dieser Begegnung mit einem 4-3-3 und trotzdem mit viel Druck über die Mitte. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Und das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Ibrahimovic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Garzola jetzt am Ball. Clea. Vieto. Da nimmt er ihn den Ball ab, sehr gutes Tackling. Valenciaga. Er bekommt Hilfe. Fernando. Macht er ihn. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Gianni Colasi. Red Bay. Garzola jetzt am Ball. Gernadeschi. Schöner Pass. Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Sauberes Tackling von ihm. Ibrahimovic am Ball. Der Ball in Richtung Silva. Daniel Alves. Adriano. Red Bay. Jetzt Santi Garzola. Ibrahimovic am Ball. Und da holt er sich den Ball. Fernando. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Gut gespielt. Jetzt schießt er. Und da treffen sie das erste Tor heute. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt. Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ball im Haus. Abstoß. Valenciaga. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Und den Ball hat er sich geholt. Nun Santi Garzola. Und jetzt ist der Ball geklärt. Bernadeschi. Vieto. Wird das jetzt gefährlich? Bernadeschi. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Schussversuch. Den Ball hält er gut. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. So, jetzt liegen sie in Führung hier in dieser Premier Cup-Begegnung. Und das haben sie sich verdient. Ein wirklich gutes Spiel bislang. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktien. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Quadrado jetzt am Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Wie Kee. Ganz so lange jetzt am Ball. Nun, David Silva. Souverän, er hat den Ball. Er spielt den Pass zurück. Da ist der Ball weg. Da zieht er ab. Gute Möglichkeit. Aber abgefiffen. Die Fahne ist oben. Valenciaga. Oh, nun Mascherano. Gazzola jetzt am Ball. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Achtung, das Spiel geht schon weiter. Mucancho. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Supertor geht in den Winkel. Und das war Traumtor. Wir sehen es hier noch mal. Unhaltbar. In den Winkel. Nix zu machen für den Kiefer. Zu gut der Schuss. Aktueller Spielstand. Jetzt also 2 zu 1. Zwei Minuten werden nachgespielt. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und damit rollt der Ball wieder. Barsamal. Ganz einfach an den Ball gekommen. Garnadeschi. Super Pass. Magdei. Er trifft den Posten. Valenciaga. Fernando. Sie trainieren viel mit dem Ball. Und das sieht man. Schießt er ihn rein. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Und jetzt per Kopf. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Ball ist draußen. Abstoß. Bernadeschi. Den spielt er wieder zurück. Fernando. Nun Santigazola. Adriano. Fernando. Bernadeschi. Mucancho. Cuadrado. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Mucancho. Bernadeschi. Gut gemacht. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Finde den Mitspieler. Das ist der Treffer. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich noch mal an. Mann. Eine ganz feine Freistoßvariante. Das sieht man nicht allzu häufig. Nun Ibrahimovic. Cuadrado jetzt am Ball. Und nun Ibrahimovic. Ibrahimovic. Die kann er einfach. Diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Cedric. Cedric. Jetzt. Freistoß gibt's. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Adriano. Daniel Ves. und sogar so da ist er da er steht gut und holt sich den ball da wird unter druck gesetzt fernando das hätte gefährlich werden können aber abgewährt klasse aufgepasst er kommt an den ball dann adeski janik olasi redley den ball hat er leer da kommt er mit der faust an den ball er zieht ab ohne worte so jetzt gibt es natürlich auch die wiederholung dieses treffers klasse aktion der ist da hell und wach, holt sich den ball ja 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 ...macht ihn dann doch noch rein. Für den Kiefer natürlich bitter. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da pfeift der Schiedsrichter. Und hier muss er auch Freistoß geben. Nucanjo. Bertolacchi. Bernadeschi. Stambouli. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Juan Cuadrado jetzt. Jetzt Cuadrado. Stambouli. Clea. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Delph. Bertolacchi. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Pablo Sarabia. Der Ball spielt er gut. Der Kopfball ist drin. Hier nochmal der Treffer für den FC Barcelona. Zu spät, um da ernsthaft noch mal was zu bewegen. Nicht. Also das Spiel können sie nicht mehr drehen. Aber vielleicht nochmal ein Zeichen, vor allem für die Fans. Neuer Spielstand. 4 zu 2. Sechs Treffer haben wir bereits gesehen. Und da holt er sich den Ball. Es pierdo. Depp. Mikako. Stambouli. Clea. Das war Pech. Das ist abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Bernadeschi, Bertolacki, der Schlusspfiff, das war's, schaut sie euch an Freunde, das sind sie, die neuen Champions sind es.